Musik Im Alter, da gibt es verschiedene Theorien von Carstensen oder auch von Charles, die sogenannte emotionale Selektivitätstheorie, die besagt, dass Gefühle im Alter so orchestriert werden, dass eigentlich nur noch die Positiven durchgelassen werden. Das gelingt aber nur so lange, wie die Herausforderungen nicht so groß sind. Das heißt, erst einmal ergibt sich in relativ stabilen Situationen so etwas wie weniger negativer Affekt. Man sagt, so Leute zwischen 50 und 70 sind am glücklichsten. Also die, die Hunger sind, freuen sich drauf. Dann brauchen sie sich nichts mehr zu beweisen. Ihre Kinder, die Plagen haben es aus dem Haus, die Viecher sind tot. Man hat sein Häuschen gebaut und die Schulden abbezahlt, freut sich auf die Rente. Und dann ist das Leben eigentlich ganz nett. Ab 75 fangen die chronischen Erkrankungen an, die meisten ab 75 haben eine chronische Erkrankung. Dann geht es leider wieder abwärts. Also eigentlich ist das erst einmal ganz positiv, allerdings gibt es eben diese Zunahme struktureller Vulnerabilität. Das heißt, das ganzheitliche Gefüge psychischer Diskussion und Funktion, das nimmt an mir nicht ab. Das betrifft sowohl das Ruhestandsnetzwerk, im Englischen die Fault Note Network, also Identität, Selbstgewissheit, das eigene Ich, die Fähigkeit, andere Menschen in mir nachzubilden, also kognitive Empathie. Ja, diese Dinge, die nehmen ab. Und zugleich wird das Salience Network, also dasjenige, was sozusagen die Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge richtet, hyperaktiviert. Konkret bedeutet das, dass Dinge, die bisher für mich ganz unproblematisch waren, jetzt schneller angstauslösend sind und schneller auf sich bezogen werden. Also bislang kamen Sie vielleicht im Verkehr gut zu Rande, aber jetzt plötzlich kommen Sie im Verkehr nicht mehr gut zu Rande. Bisher fanden Sie den Weg nach Hause immer ganz gut, aber jetzt plötzlich wird es schwierig, weil wir haben da was umgebaut und plötzlich werden Sie ganz wickerig. Das heißt, die Stresswelle reduziert sich, die Sitt-und-Def-Prozesse greifen immer recht an. Und das kann im Alter so weit führen, wie Johann Eriksson, die Frau von Johann Eriksson, die hat das so beschrieben, dass sie sagte, es kann einem im Alltag quasi das Urvertrauen bekommen. Man gewinnt also eine neue Grundängstlichkeit, weil aufgrund dieser Störungen des ganzheitlichen Beflüges psychischer Disposition, man sich in der Welt und mit anderen Menschen immer weniger sicher fühlt und damit nehmen, unsicher vermeidende, also letztlich schizoide und paranoide Persönlichkeitszüge zu. Nicht, dass Sie jetzt alle schizophren werden, also schizoid bedeutet nicht schizophren, schizoid ist man eher so für sich, man versucht sich eher so zu schützen, man macht eher so sein Ding, man ist nicht so sehr extrovertiert. Und paranoid ist, man ist eher der Neigung, dass andere schuld sind. Das ist ja auch ganz entlastend, wenn ich glaube, dass die anderen dafür zuständig sind. Ja, also wenn Antizipation und Suppression nicht mehr greifen, das sind also die wesentlichen Systeme, die Emotionsregulierung, dann ist man gefährdet für Depression, Angststörung, Dissoziation und funktionale Körperbesperren. Jetzt können Sie sich schon denken, Demenz, ja, das ist ja im Grunde genommen erst recht eine Störung des ganzheitlichen Gefüges, das heißt also Angst, könnte man sagen, ist quasi ein unvermeidbarer Teil, der dann aufkommt, wenn ich die übliche Organisierung nicht mehr habe, die mir mein Default-Node-Network eigentlich zur Verfügung stellt. Ja, was bedeutet das letztlich? Ich mache mal ein bisschen kürzer. Was die Leute wollen und brauchen mit so dem Alter ist ein Gefühl von Halt, von Sicherheit, von Kontinuität und von Bestärkung des positiven Selbstbildes. Also sie brauchen so etwas wie ein Holding, eine Positivierung, einen Therapeuten oder Pflegenden als hilfreich, der mir im Grunde genommen immer sagt, alles ist gut. So wie natürlicherweise, jetzt so in Ihrem Alter oder so in meinem auch noch, unser medialer, präfrontaler Kortex, die Amygdala immer beruhigt und der immer sagt, alles ist gut. Brauchst Sie nicht zu fürchten, kannst ruhig weiterfahren. So, und das gelingt immer weniger und ich brauche das quasi von außen. Ich brauche immer mehr von außen jemanden, der mir sagt, alles ist gut. Und je mehr ich diesen seelsorglich Verbündeten habe, ja, desto mehr kann ich durch Nähe das Angstsystem deaktivieren. Und je mehr das Angstsystem deaktiviert sind, desto mehr werden auch wiederum höhere kortikale Strukturen wach. Das heißt also, Sekundärprozesse können wir da begreifen und der Mensch gewinnt auch im Alter wieder mehr strukturelle Klarheit und Sicherheit. Das heißt, je mehr Nähe und Geborgenheit und Halt er findet, desto besser kann er sich auch verhalten und desto klarer wird er. Die Psychoanalytiker wie Helmut Luft, die sagen also, eigentlich ist das zunehmende Altern, der Wunsch nach Umsorgtsein, nach Wiedereintauchen in den Schutz mütterlicher Primärobjekte. Und in der Demenz kommen im Grunde genommen diese primär narzisstischen Wünsche nach Geborgenheit, ungeschminkt zum Ausdruck, in dem die Leute sagen, ich bin nach Hause oder meine Mutter holt mich heute noch mit ab. Das sind also im Grunde genommen ganz leicht verständliche anthropologische Grundlagen, die in der Demenz zum Zuge kommen und aus denen man eigentlich das gut ableiten kann. Nochmal so in so einem Bild, da sehen Sie so einmal die Komfortzone, High Arousal, Low Arousal, also hohe Erregung, niedrige Erregung, wir versuchen in der Optimalzone zu schwimmen. Im Alter wird sozusagen diese Komfortzone enger und dadurch kommt es immer mehr zu Hyperarousal, also zu Angst, Panik oder zu Hypoparousal, also Gefühle von Verzweiflung und Wertlosigkeit. Gut, ich überspringe jetzt mal ein bisschen was über die Grundlagen psychischer Erkrankungen, sondern springe mal weiter zu den Angsttheorien. Ich weiß nicht, wie bezeihe ich euch noch? Gut zehn Minuten. Gut, dass ich bald schnell weitermache. Also es gibt so verschiedene Angsttheorien, die hier nur so kurz antike, genetisch bedingte Verhaltenshemmung und Angstsensibilität, so da spielt die Vererbung eine große Rolle. Frühkindliche Trennungsängste durch biografische Ereignisse, zum Beispiel früher Verlust der Mutter, so Ängste verlassen zu werden. Dann, wir wissen, spätes Auftreten der generalisierten Angststörungen bei kindlichen Traumatisierungen, also Menschen, die im Alter traumatisiert wurden, die in der Kindheit traumatisiert wurden, kriegen im Alter vermehrt eben auch eine generalisierte Angststörung. Phobien und Schamangst, vor allen Dingen, wenn die Eltern einen sehr hohen Anspruch haben an die Gefüglichkeit des Kindes. Und natürlich, alle Störungen in diesem System machen sich später bemerkbar durch Schemmungen bei Aggression und Sexualität. Insofern, Freud hat da schon ganz recht gehabt. Ja, Ängste werden natürlich auch gelernt durch klassische Konditionierung, also dass in bestimmten Situationen, die mit anderen Reizen kombiniert sind, da lerne ich dann von diesen anderen Reizen Angst zu haben. Also vielleicht habe ich hier etwas Schreckliches erlebt und da war irgendwie eine Straßenbahn und jetzt habe ich immer vor der Straßenbahn Angst. Und dann vermeide die Straßenbahnen und je mehr ich jetzt die Auseinandersetzung mit dem Stimulus vermeide, desto schlimmer wird die Angst. Daraus resultiert dann in der Verhaltenstherapie die Exposition, also dass man dann in kontrollierter Weise den Menschen dieser Stimulation aussetzt und erlernt, dass sie doch gar nicht so angsterregend ist. Es entsteht eine verzerrte Wahrnehmung, eine falsche Bewertung, also ein sogenanntes maladaktives kognitives Schema über die Gefährlichkeit von anderen Menschen oder der Welt oder dem anderen Geschlecht oder von Tieren oder was dann alles auch ist. Und je mehr daraus wiederum ein Vermeidungsverhalten resultiert, desto größer wird die Angst. So stellt man sich das in der Lerntheorie vor. Und da gibt es auch so ein neues Gebiet, das nennt sich Metakognition. Also die Art und Weise, wie man über das eigene Denken denkt, scheint das Auftreten psychischer Erkrankungen wesentlich zu beeinflussen. Hä? Also nicht das Sorgen per se, sondern die Überzeugung, dass wenn ich mich nicht sorge, etwas Schlimmes passiert. Ja, du musst dich sorgen, du musst daran denken, du musst grübeln. Und wenn du das nicht tust, dann wird es schlimm. Das sind so Wege, wie man so ganz nett in so eine Angst der Krankheit einbauen kann. Gut, mal eine Auswahl von Angststörungen. Da haben wir die generalisierte Angststörung, also eine diffuse Angst, eine anhaltende Besorgnis über Alltägliches, eine motorische Spannung. Man macht sich über allen möglichen Kack, macht man sich Gedanken und Sorgen, obwohl man weiß, dass es nicht nötig ist. Dann die Panikattacken, eine sogenannte nahenlose Angst, die ohne besondere Trigger plötzlich spontan auftaucht und die zur Folge hat, dass man später Angst vor der Angst bekommt. Das heißt, man hat dann immer, ist innerlich damit beschäftigt, wann kommt die nächste Panikattacke. Dann natürlich die posttraumatische Belastungsstörung. Also wenn das eigene Ich überwältigt wird durch traumatisierende Ereignisse und man sich nicht wehren kann, das führt zu gravierenden Erschütterungen des Urvertrauens, Zwangsstörungen, Phobien, dagegen haben wir im Alter eher selten. Was noch wichtig ist, das sind die Besonderheiten von Ängsten im Alter. Der Leistungsdruck lässt nach, die Verunsicherung im Leben nimmt so. Bisher unverarbeitetes kommt vermehrt hoch, weil man hat schlichtweg nicht mehr so viel zu tun wie vorher. Das heißt also, alle möglichen Erinnerungsbilder melden sich an. Also Angstauslöser gibt es jetzt weniger von außen, sondern mehr von innen. Kreative Gegenreaktionen sind im Alter schwerer zu entwickeln. Der Kortisonanstieg im Alter macht sein Übriges. Und wenn ich einmal eine Angststörung bekomme im Alter, dann ist die Rezidivwahrscheinlichkeit sehr hoch. Das heißt also, sowohl bei Ängsten wie bei Depressionen ist die Tendenz zur Kronifizierung im wachsenden Alter sehr hoch. Also nach 50 passen Sie auf, dass Sie keine Depression mehr kriegen, dann wird es schwierig. Also bitte vor dem 40. Lebensjahr das abarbeiten. Also eine depressive Phase. Oder auch mal, man muss nicht auch mal eine Psychose können. Na ja, wie auch immer. Ja, und Angstaktome gehen mit höherem Risiko für kognitiven, funktionalen Niedergang einher. Also je ängstlicher ein Mensch ist, desto schneller kriegt er auch eine Demenz. Desto wahrscheinlicher ist ein Sturzereignis. Und dann fange ich wiederum an, genau das Gehen zu vermeiden. Dadurch wird die Angst vergrößert und mich falle ich wieder. Ja, also das ist ein Kreislauf von Fallen und Ängsten, der sich gegenseitig hoch bringt. Auch der sozial rückzog nimmt zu. Und noch einmal wichtig, der Zusammenhang zwischen Missbrauch in der Kindheit und Angststörungen im Alter. Ein bisschen Epidemiologie. Die Häufigkeit der Angsterkrankung wird im Alter häufig unterschätzt, aber das wird alles unter dem Deckmantel der Depression, der Demenz verborgen. Wer der hat ja Demenz? Ja, dann guckt man gar nicht mehr genau hin, ob die auch eine generalisierte Angststörung oder eine Panikattacke hat. Viele Menschen mit Demenz, die agitiert sind, haben schlichtweg Panikattacken. Das wird aber gar nicht diagnostiziert, weil das ja dement ist. Insgesamt rechnet man in 20% subklinische Symptome, weil dann in Europa 70 Millionen Betroffene und wie bei der Depression, wie bei der Paraphremie oder Schizophrenie, haben wir im Alter vor allen Dingen subsyndromale Symptome. Das heißt, das erfüllt nicht das Vollbild der klinischen Kriterien und deswegen sagt die Statistik, ja, haben wir im Alter weniger, aber was wir sehr viel mehr haben, sind subsyndromale Erscheinungsbilder. Bendingson noch einmal, also eine hohe subsyndromale Angstsymptome bei geriatrisch-psychiatrischen Patienten. Insgesamt fast 50% aller gerontopsychiatrischen Patienten haben eigentlich ein behandlungsbedürftiges Angstsyndrom. Und die Höhe der Ängstlichkeit erklärt oft die Schwere der Symptomatik. Also je größer die Angst, desto schwerer ist die Symptomatik, schwerer die Symptomatik in der Demenz. Ja, und sie wird oft gar nicht diagnostiziert. Okay. Gut, jetzt übergehe ich hier einiges, das vielleicht noch wichtig wäre. Also es gibt viele andere Erkrankungen, die mit der Angst einhergehen. Aber wichtig ist immer noch dieser Punkt hier unten, schwere somatische Erkrankungen, also vor allem respiratorische, kardiovaskuläre, aber auch zelibrovaskuläre Geschichten, wie zum Beispiel Schlaganfall, die gehen oft mit einer Traumatisierung einher, die gleich bedeutsam sind wie frühkindliche Traumatisierungen. Das heißt, schwere Erkrankungen ziehen wir schlichtweg den Boden unter den Füßen weg und sorgen für eine ähnliche Grundgestimmtheit von Angst, wie das bei einer posttomatischen Leistungsstörung der Fall ist. Gut, ein bisschen noch Therapie. Also wichtig ist, dass in der Therapie auf Dinge wie Krankheiten, Verluste, Lebensbegrenztheit, Integration von Schicksal eingegangen wird. Dass man arbeitet an Fitness, Selbstwertgefühl, Lernen, Psycho-Education. Und bei starker innerer Anspannung ist es eher Konfrontation und Entspannung. Bei extremen Sorgen und Grübeln eher kognitive Therapie. Und es gibt eine ganze Menge an Faktoren, die man im Alter in der Therapie berücksichtigen muss. Die Tagesverfassung, die körperlichen Erkrankungen, die Konfrontation in sehr graduierter Form, eher in der Fantasie als in der Wirklichkeit. Schlafhygiene ist ganz wichtig. Und immer auch ein Blick auf die Medikation, die viele dieser Probleme mit sich bringt. Wenn man auf das Alter gut vorbereitet ist, dann hat man gelernt, mit Stress umzugehen. Man hat eine Positivierung vollzogen. Man teilt positive Erinnerungen mit anderen. Eine wichtige Strategie, um Ängste zu kontrollieren. Interventionen sollten vor allen Dingen darauf abzielen, die innere Kontrolle der Ängste zu ermöglichen. Also der Therapeut nicht als jemand, der mich konfrontiert, sondern der eher ein seelsorglich Verbündeter ist. Und der häufigste Widerstand ist denken, dass die Ängste im Alter ja normal sind. Das muss man halt ertragen. Das ist halt so. Und da wissen wir halt, dass dem nicht so ist, dass solche Therapien durchaus wirksam sein können. Gut. Das ist mir noch wichtig. Abhängig ist das oft gar nicht von der Therapierichtung, sondern die unspezifischen Effekte sind wichtig. Also letztlich das, was Rogers und andere immer den Unconditional Megat genannt haben. Also die unbedingte Wertschätzung, den Trost, den Halt. Ja, ich nenne das nochmal das Bild des seelsorglich Verbündeten. Eine haltgebende, sicherheitvermittelnde Haltung ist notwendig. Und darunter noch ein paar Dinge. Okay. Auf eins will ich nicht verzichten, auch wenn die Zeit knapp ist, die Pflege. Das muss noch sein. Also, bei der Pflege von Angstpatienten ist das Ziel, eine Auseinandersetzung des Patienten mit seiner Angst zu unterstützen und einen Umgang damit zu fördern. Den Anspruch, dem Patienten die Angst zu nehmen, ist oft nicht erfüllbar. Die Menschen haben oft seit vielen, vielen Jahren eine Angsterkrankung. Sie haben eine Persönlichkeitsveränderung. Da haben sie als Pflegender in den jeweiligen Rollen nur sehr bedingte Möglichkeiten, darauf einzugehen. Hier drunter stehen jetzt so ein paar Dinge, Dinge, die sich vielleicht auch von selbst schon erklären, angstlösende Situationen identifizieren, ja, dem Patienten helfen, sie realistisch einzuschätzen, Ablenkungstechniken entwickeln. Aber die Dinge, die hier sind, die sind immer noch wichtiger. Die Betroffenen dahin bringen, sich auf das zu konzentrieren, was um sie jetzt herum passiert. Ja, und diese Fixierung auf, was wird geschehen, was kommt noch zu vermeiden. Das heißt also, je besser die Tagesstruktur, die Menschen was zu tun haben, je weniger man sie alleine lässt, desto eher sind sie auch in der Lage, ihre Ängste zu kontrollieren. Ja, Betroffene können auch im Alter noch lernen, zu beobachten, wie die Angst kommt und geht. Und dabei aufhören, an und um die Angst, ja wo immer, zu denken. Das ist durchaus möglich. Also eher lernen, mit der Angst umzugehen und nicht unbedingt das Ziel haben, die Angst zu vermeiden. Und dabei kann man erkennen, dass man Fortschritte macht, dass man die Angst mehr beobachten kann und nicht nur, dass man sie erleidet. Und das nennt man heute, so nach Phonagy und Bateman nennt man das im Grunde genommen Mentalisieren. Also ich lerne auch im Alter durchaus noch meine Ängste zu mentalisieren, also zu beobachten, wie sie kommen, wie sie gehen. Und über das Beobachten entwickle ich eine Distanz zu ihnen und bin auch in der Lage, sie zu kontrollieren. Meine letzte Folie, die muss auch noch sein. Ich bin ein Fan von Marc Aurel, ja, römischer Kaiser, und der hat mal Folgendes gesagt, vergeh dich ruhig, vergeh dich an dir selbst und tu dir Gewalt an, meine Seele. Doch später wirst du nicht mehr die Zeit haben, dich zu achten und zu respektieren. Denn ein Leben nur, ein einziges hat jeder. Es ist aber für dich fast schon abgelaufen. Und du hast in ihm keine Rücksicht auf dich selbst genommen, sondern hast getan, als ginge es bei deinem Glück nur um die anderen Seele. Und jetzt kommt's, diejenigen aber, die die Regungen der eigenen Seele nicht aufmerksam verfolgen, die sind zwangsläufig unglücklich. Die Regungen der Seele nicht aufmerksam verfolgen, die 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 die Regungen der Seele nicht aufmerksam verfolgen,